wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore Made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich Willkommen zu Musotalk, dem Music & Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zu Musotalk Stammtisch. Heute machen wir eine Sondersendung und zwar zusammen mit dem Hofer College. Und da geht es ausschließlich um das Thema Mix-Analyse. Was das ist und wer diese Mix-Analyse gewonnen hat, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Stell ich erstmal meine Gäste vor. Da haben wir erstmal, den stelle ich am besten mal den Neuenling hier vor. Hallo Thorsten. Hallo, grüß euch. Du hast hier eine Mix-Analyse gewonnen, weil du als regelmäßiger Musotalk Zuschauer die Sendung über das Thema Hofer College gesehen hast, richtig? Genau, das ist richtig. Ja, und dann habe ich natürlich mitgemacht und glücklicherweise gewonnen. Ja, die Frage war ja auch nicht so schwer, ne? Ja, ließ sich gut beantworten. Ließ sich gut beantworten, ne? Gut. Dann haben wir vom Hofer College zwei Tutoren und Audio-Engineere da. Unter anderem den Simon Götz. Hallo Simon. Schön, dich mal wieder beim Musotalk zu sehen. Hallo. Vielen Dank. Hallo in die Runde. Freut mich, mal wieder mit dabei zu sein. Ist ja schon ein Weilchen her. Und ja, dann heute mal vom Hofer College aus zum Thema Mix-Analysen und was es damit so auf sich hat. Genau. Freut mich, dabei zu sein. Und dann haben wir noch jemanden Neues, den Steffen Walter. Der ist auch Audio-Engineer und Tutor im Hofer College. Hallo Steffen. Ja, hi. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Das erste Mal. Und ich hoffe, dass wir euch allen das Thema Mix-Analysen und wie wir das am Hofer College handeln, ein bisschen näher bringen können. Ja, sehr gut. Das Thema hat sich ein bisschen ergeben aus dem Video über das Hofer College, weil ich fand diese Idee, dass ich Songs einreichen kann, also die bestehen aus Einzelspuren, die mir vorgegeben worden sind, oder sogar eigene Songs einreichen zu können und die dann detailliert bewertet zu bekommen, ein sehr, sehr geiles Feature vom Hofer College. Denn wir haben das auch in dem einen oder anderen Stammtisch-Video schon mal besprochen. Das ist doch gar nicht so einfach, qualifiziertes Feedback zu seinen Produktionen, zu seiner Musik zu bekommen. Denn entweder hat man Bekannte, die vielleicht ganz andere Musik geil finden, die dann sagen, oh, gefällt mir nicht. Oder man hat Kollegen, die was Ähnliches machen und vielleicht nicht ganz objektiv sind. Also es ist sehr, sehr schwierig, irgendeine Resonanz zu bekommen, ein Feedback, mit dem man auch wirklich arbeiten kann, wenn man mal eine Produktion fertiggestellt hat. Und vielleicht können mal die Jungs vom Hofer, zum Beispiel mal der Simon, kurz erklären, wie das denn bei euch funktioniert. Genau. Also das Hofer College ist ja im Prinzip eine Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion. Und natürlich kann man sich vieles zu diesen Themen anlesen. Aber der praktische Übertrag ist halt ebenso wichtig, weil man braucht ja irgendwie auch ein Feedback, um zu wissen, ob man da auf einem richtigen Weg ist oder vielleicht sogar auf einem Holzweg. Und deshalb gibt es bei uns am Hofer College die Mix-Analysen im Verlauf der Kurse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das heißt, wir fangen relativ basic an, sage ich jetzt mal, mit einigen wenigen Spuren und wenigen Aufgabenstellungen, damit man sich einigermaßen eingrooven kann. Und dann nimmt der Schwierigkeitsgrad im Prinzip Stück für Stück zu. Also der erste Song, da geht es beispielsweise darum, so ein bisschen die Levels zu setzen der einzelnen Gruppenspuren zueinander, dass man mal ein Gespür dafür bekommt, wie jetzt die Drums im Vergleich zum Bass und zu den Gitarren und zu den Keys klingen beziehungsweise sein sollten in Bezug auf die Lautstärke. Aber es kann halt durchaus mal sein, dass man eine Rockband mit begleitendem Orchester mischen kann, mit bis zu 90 Spuren. Also da geht es dann schon ein bisschen mehr an das Eingemachte. Und ganz wichtig ist halt, dass wir ein individuelles Feedback geben können, damit die Teilnehmer beziehungsweise Teilnehmerinnen auch eine Rückmeldung bekommen, wie so die eigene Entwicklung ist. Was war gut jetzt an meinem Mix? Was kann man noch besser machen? Wo liegen so vielleicht die Schwierigkeiten? Beispielsweise, wenn man jetzt einen nicht so ganz akustisch optimierten Raum hat und man macht immer wieder den gleichen Fehler, weil man einfach viel zu viel Bass mischt, weil man möglicherweise viel zu wenig Bass hört, weil man in einem Bassloch sitzt, typisches 80-Hertz-Problem, Raummoden und so weiter, dann stellen wir das relativ schnell fest und können da ein Feedback geben, was man besser machen kann. Aber natürlich auch, was die Mixing-Skills angeht, wie man die Vocals bearbeiten kann, die Musik, von mir aus den Hip-Hop-Beat, klassische Musik und so weiter. Also es ist wirklich genreübergreifend sehr vielseitig. Und die Zielsetzung ist halt ganz klar, dass die Teilnehmenden ein Feedback bekommen, wie auch die eigene Entwicklung ist, damit man darauf aufbauen kann und damit die sich entsprechend entwickeln können. Da wollte ich mal den Steffen fragen. Steffen, ich habe gerade gehört, verschiedene Genres, verschiedene Musikstile. Das findet auch so statt bei euch, ne? Genau, das ist uns auch wichtig. Wir wollen natürlich nicht nur ein Genre bevorzugt behandeln. Dementsprechend bieten wir auch im Verlauf der Kurse verschiedene Mix-Analysen beziehungsweise Praxismischungen aus verschiedensten Genres aus. Das reicht von Alternative Rock, Punk bis zu voll ausgewachsenen Progressive Metal Produktionen mit zusätzlichen Orchesterspuren, wie es der Simon gerade schon angesprochen hat, bis hin zu Mittelalter-Kombos und Techno und weiteren elektronischen Musikproduktionen. Also was das angeht, steht den Studierenden am Hofer College eigentlich wirklich die gesamte Bandbreite an Musik zur Verfügung. Und selbst wenn in dem, was wir vorgeben, eben nicht unbedingt das gewünschte Genre dabei ist, bieten wir natürlich die Möglichkeit, so wie es jetzt auch heute wieder der Fall ist, eine eigene Mischung, eine eigene Produktion einzureichen und eben dafür ein individuelles Feedback einzufordern. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, wie geht ihr damit um? Der eine benutzt ja vielleicht Cubase, der andere hat ein Logic, der andere hat ein Samplitude oder ein Ableton Live. Und da sind doch natürlich die Arbeitsschritte schon zumindest teilweise unterschiedlich. Wie geht ihr damit um? Genau. Also im Prinzip ist es ja so, dass letztendlich der Engineer, der vor dem Rechner sitzt, irgendwo auch den Sound macht. Aber klar, die Produktionsschritte, die jede Software mitbringt, sind zum Teil ein bisschen unterschiedlich. Und das hängt oft vom Genre ab. Also ich würde jetzt mal behaupten, so die typischen Rock'n'Roller, das sind eher so die Pro Tools, Cubase, vielleicht Logic-Kutzer. Und die Elektroniker gehen vielleicht mehr in Richtung FL Studio, Ableton Live, teilweise auch Reaper vielleicht. Und also letztendlich ist es gar nicht so entscheidend, welche Software verwendet wurde. Man kann auch gerne, wenn man eine Produktion bei uns einreicht, eine kleine Mix-Dokumentation machen, dass man einfach sagt, wie ist man vorgegangen? Ich habe beispielsweise in Cubase gemischt. Ich habe 4 dB Headroom gelassen. Ich habe kein Mastering gemacht, sondern habe irgendwie auf minus 20 Lufts gemischt, weil ich mir unsicher war, wie ich im Mastering vorgehen soll. Und das hilft uns natürlich auch, das entsprechend zu bewerten. Also ganz viele, die jetzt eine eigene Produktion einreichen, die geben uns auch Informationen zur Aufnahme. Also ob das zum Beispiel ein echtes Schlagzeug war, das sie aufgenommen hatten, wie sie die Vocals aufgenommen hatten, vielleicht auch was für Plugins oder externe Effekte zum Einsatz kamen. Und das hilft uns natürlich auch bei der Beurteilung, wo wir dann ansetzen können, ja, das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Oder, ah nee, probiere es beim nächsten Mal so und so aus, dann hast du vielleicht doch noch ein bisschen ein besseres Ergebnis. Aber da können wir schon gut mit umgehen. Also das ist jetzt nicht auf die DAW fixiert, dass alle irgendwie mit Cubase oder sowas mischen müssen. Das wäre ja auch ein bisschen schade. Genau, weil ihr ja im Prinzip auch Grundlagenwissen vermitteln wollt. Und dann sollte man das eigentlich auch mit jeder DAW umsetzen können dann später. Man kann ja auch mal wieder wechseln. Also wenn man nur weiß, wo man klicken, wenn man nur wissen will, wo man klicken soll, dann würde man wahrscheinlich so einen Cubase-Kurs kaufen oder ein Logic-Buch, ne? So ist es, genau. Wenn ich hier mal zwischenzeitlich abwesend wirke, dann nur, weil mein Bildschirm regelmäßig flackert und ich dann versuche wieder zu aktivieren. Haha, die Technik. Gut, jetzt kommen wir aber noch mal endlich zu unserem Stargast hier. Thorsten, hey, hallo. Hast du schon mal Museltalk gesehen? Ja, selbstverständlich. Ich bin schon lange Zeit auch Abonnent deines Kanals und folge auch immer schön den Stammtisch. Sehr gut, sehr gut. Und wie bist du, also du hast das Video gesehen, das ich gemacht habe zum Thema Hofer College. Hast du denn schon mal irgendwie sonst auch Kontakt aufgenommen mit dem Angebot oder war das jetzt neu für dich? Neu wahrscheinlich nicht, weil wir das ja schon seit Jahrzehnten bewerben. Ja, also Audio-Ingenieur ist eigentlich auch etwas, was ich gerne machen würde. Bislang bin ich ja der Hobbymusiker und ich habe mich natürlich im Internet schon oft befasst mit Fernkursen und so weiter. Und Hofer College ist mir schon seit Jahren auch bekannt. Ich kenne auch die Kurseinheiten von den Webseiten und so weiter. Und umso schöner war es halt eben, dass man jetzt mal die Gelegenheit hatte, noch mal ein bisschen tiefer reinzuschauen durch diese Mix-Analyse, die mich wirklich umgehauen hat. Die war wirklich sehr umfangreich. Ja, damit kann man auch definitiv arbeiten. Klare Empfehlungen. Okay. Du hast also quasi dir dann einen eigenen Song rausgesucht, ne? Genau. Das wäre auch die Möglichkeit gewesen, fertige Songs herunterzuladen, ne? Genau. Aber gut, ich bin, was Musik angeht, sowieso kein Covermusiker. Das heißt, ich schreibe schon immer meine eigenen Songs und mische fleißig an denen rum und da liegt das natürlich nahe, dass man dann auch eigenen Songs mal schauen lässt, ne? Absolut, natürlich. Was ist denn das für ein Titel, den du eingereicht hast? Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ja, der Titel heißt Astronaut von meiner Band Becher & Glas und wie dieser Song zustande kommt oder kam, kann ich gar nicht so genau sagen. Meistens ist es irgendwas, was mir im Kopf rumschwirrt, an Textideen, an Melodien, die ich dann auf den Gitarren ausprobiere und so weiter. Und mein Ansatz war halt eben, oder ist allgemein bei den Songs, mal Liebe, Toten, Teufel mal sein zu lassen, einfach mal so die Alltagsgeschichten, die sonst so in der Welt rumschwirren, aufzugreifen, lyrisch und ja, so kam das zustande. Also siehst du dich also primär als Songwriter, nicht als Audioengineer? Ja, etwas von beidem, sage ich mal. Oft ist halt die Situation so, wenn ich doch mal Freunde aufnehme oder andere Bands, dann greift man schon hier und da mal ein Songwriting ein. Man hat ja schon viele Jahre Erfahrung auch in der Richtung, zumindest halt im Hobbybereich. Ja, und das macht mir halt auch Spaß. Eins ins andere über. Okay. Ich habe gesehen, Simon und Steffen, man kann auch eine Mix-Analyse separat buchen bei euch. Oder wie viele Mix-Analysen kriege ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Pro bei euch bestelle? Genau, das ist möglich. Also auch als Externer, wenn man jetzt mit dem Hofer College nichts zu tun hätte, dass man im Prinzip auch bei Bedarf eine Mix-Analyse kaufen könnte, wenn man das möchte. Das haben wir auch schon öfters mal gemacht, auch tatsächlich schon für renommierte Musiker. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da war schon der ein oder andere Profi wirklich dabei, der auf den Bühnen dieser Welt spielt. Und aber am Hofer College, also als Studentin bzw. Student ist es so, wenn man jetzt den Pro-Kurs buchen würde, dann hat man zwölf Lerneinheiten und dann gibt es im Prinzip zu jeder Lerneinheit unterschiedliche Praxismischungen, teilweise bis zu drei Songs pro Lerneinheit und insgesamt stehen allen Teilnehmenden sechs Mix-Analysen frei zur Verfügung, die man wählen kann. Also man kann im Prinzip die Songs, die wir anbieten, nutzen oder auch mal eine eigene Produktion einreichen, so wie es der Thorsten jetzt im Prinzip gemacht hat. Und so baut sich das Konzept auf. Okay. Steffen, wenn du jetzt eine Mix-Analyse machst von meinem Song und der Simon auch, kommt da was anderes bei raus? Nicht unbedingt. Also es ist ja im Endeffekt so, dass wir bei jeder Mix-Analyse zwei Tutoren und Tutorinnen haben, die sich mit der Mix-Analyse befassen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel einer, sagen wir mal, einen schlechten Tag erwischt oder gewisse Dinge vielleicht anders sieht, natürlich, da gibt es dann immer Diskussionen intern, wenn man sich mal nicht ganz einig wird, ob jetzt zum Beispiel ein Element zu laut ist oder ob man das jetzt tendenziell eher unter Geschmackssache verbuchen könnte, dann redet man schon mal miteinander, aber grundsätzlich wird man sich da immer recht schnell einig. Weil das eine Feature ist des anderen Bugs und umgekehrt. Denn das kann ja durchaus sein, dass das ein Stilmittel ist, dass Vocals kaum zu hören sind oder sehr laut drüber stehen, dass die Gitarren links, rechts ganz hart gepennt sind und und oder. Da wird man wahrscheinlich nicht immer für alle Bereiche einen Konsens finden, aber natürlich gibt es ein paar objektive Parameter, die man beurteilen kann. Und dafür ist natürlich so eine Mix-Analyse besonders geeignet. Jetzt wollen wir mal kurz in den Song hinein hören. Ihr könnt den auch, ich werde den Soundcloud-Link unten in die Videobeschreibung posten. Wer jetzt Lust hat, kann kurz das Video anhalten, sich auf Soundcloud den Song mal in Ruhe anhören, denn ich werde den jetzt hier nur kurz anspielen. Wo ist er denn? Geht mal ein bisschen rein. Ich will ein Astronaut sein, mach die Galaxis online und genieße dabei schöne Sicht. Ich lasse Pflanzen wachsen, kann an der Wolfgang kratzen, kommen nicht um fünf Uhr heim, sondern lebe in den Teil hinein. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Also wie gesagt, ihr könnt euch den Song natürlich in Ruhe erstmal anhören und dann hier zuhören, was wir dazu zu sagen haben. Thorsten, mir ist eigentlich aufgefallen bei dem Song, dass mir eigentlich kaum mehr was aufgefallen ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt für mich schon sehr, sehr rund. Was waren denn die Hauptkritikpunkte oder Anmerkungen, die in der Analyse für dich wichtig waren? Wo du gesagt hast, oh Mann, scheiße, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Ja klar. Also das größte Problem bei mir sehe ich eigentlich, den Raum vernünftig zu füllen. Das heißt, hier und da auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen fantasievoller mit Rewrap und so weiter umzugehen, dass die Vocals halt auch präsent sind, dass man die gut hören kann, dass sie sich in dem Mix auch schön einbinden und so weiter. Und das sind so zwei, drei Sachen, da habe ich schon einige gute Tipps nachgelesen können. Ja, und ansonsten ist es bei mir auch immer im Schlagzeugbereich, stimmt da auch die Phasen so ein bisschen, ist das mumfig, ist das ausgelöscht oder wie auch immer. Ja. Kannst du ganz kurz mal den Aufnahmeprozess und die Instrumente mal kurz so wiedergeben? Also hast du ein richtiges Schlagzeug benutzt oder ein Plugin? Genau, also ich habe ein richtiges Schlagzeug benutzt, ich habe das entsprechend mikrofoniert, also die Toms einzeln, die Snare, Bottom und Top, die Bassdrum, zwei Overheads und das war's. Und hinterher noch ein bisschen getriggert, ja, das muss ich schon zugeben. Das heißt, ich habe das natürlich mit einem Software-Plugin dann ein bisschen vom Sound her verändert. Oftmals sind halt die Situationen so, dass die Schlagzeuge dann doch nicht so gestimmt sind oder die Fälle schon etwas veraltet sind und das merkt man dann natürlich in der Aufnahme. Das ist das typische Shit in, shit out, ja. Und genau. Und dann habe ich den Bass eingespielt, Gitarren eingespielt und auch eingesungen. Ah, sehr gut. Also du hast aber zuerst das Schlagzeug aufgenommen. Genau. Habt ihr das dann mit einem Playback gemacht, wo der Songstruktur schon vorgegeben war oder hat er nur alleine gespielt? Genau. Also die Schlagzeuger, die ich meistens aufnehme, die bekommen dann von mir einen Kopfhörermix, das heißt einen Backing-Track oder irgendwas in der Richtung und ja, oder auch noch einen Klick dazu und dann spielen die das ein, ne? Hm, okay. Das heißt, du hast erstmal so eine Art Demo-Spuren und dann nimmst du Schlagzeug auf und nimmst du dann den Rest dann nochmal neu auf oder passt das Schlagzeug drauf? Ne, also ich nehme dann alles nochmal neu auf tatsächlich, es sei denn, ich habe mir die Mühe schon vorher gemacht, aber meistens ist es so, dass ich irgendwann den Klick auch ausschalte und nach Gefühl auch mitspiele, damit so ein bisschen Leben auch drin bleibt in der Aufnahme. Und ja, genau. Was ist denn für ein Klick? Ja, genau, ein Klick. Wie, Klick? Mann. Okay. Ja, kann sein. Und was für eine Software benutzt du? Ja, also ich benutze Cubase, aktuell jetzt die 12er Pro-Version, habe vor vielen Jahren mal angefangen mit der, ich glaube, VST 32 oder 5.1 oder beides und habe halt immer geupgradet. Ja, dann bin ich dem Gear Acquisition Syndrome verfallen, habe also viele Plugins mir irgendwann mal gekauft. ja, und die nutzt man dann, bis man irgendwann nicht mehr weiß, welche nutzt man denn jetzt effektiv nochmal. Ja, das ist ja so, meistens reicht ja eine Cue ein guter und dann verliert man irgendwann die Übersicht, ja. Okay, Bass direkt DI eingespielt ins Audio-Interface oder Bass-Amp, wie hast du das gemacht? Ja, aus Platzgründen mache ich das meistens über DI. Das heißt, ich habe den Bass ins Pult reingespielt, habe dann eine Software drüber laufen lassen und die generiert dann den Sound entsprechend. Okay, gut, also praktisch mit Modeling. Ja, genau. Gitarren, auch Modeling? Ja, natürlich, muss ich machen. Okay, was nutzt du denn da? Ich habe von Native Instruments, ich habe das Bias FX und wie heißt das nochmal? Und verschiedene andere Gitarren-Simulatoren dann dafür, ne? Mhm. Okay, gut, jetzt hast du gesagt, du hast dich selber auch aufgenommen Vocals-mäßig, wie gehst du denn damit um, dann gleichzeitig noch der Toningenieur zu sein? Also ich meine, bei Gitarre oder Bass, okay, kriegt man das ja immer noch ganz cool hin. Ich finde, dass wenn man sich selber beim Singen aufnehmen möchte, immer tatsächlich eine echte Herausforderung, weil man ja erstens mal meistens in der Kabine steht und vielleicht irgendwie so ein Remote-Control hat oder so und dann im Kopf immer noch so ein bisschen mitdenken muss, wie die Aufnahme ist, das ist schon relativ schlimm bei der Gitarre oder beim Bass, aber beim Gesang finde ich das immer eine Herausforderung. Wie gehst du damit um? Zeit nehmen. Zeit nehmen ist halt das Wichtigste und Spaß dabei haben und man ist sich ja selbst der größte Kritiker oder so sollte es ja auch sein und ich versuche natürlich dann auch für mich das Beste rauszuholen. Die Konzentration ist natürlich eine andere, wenn ein Fremder einsinkt. Ja, da kann man sich wirklich auf die Technik konzentrieren und so weiter. Das heißt, man muss sich halt vorbereiten, man muss alles so gut einstellen, wie es geht, dann über die entsprechenden Handy, iPad irgendwo dann auch die Remote-Funktion aktivieren und wieder zurückspulen. Das dauert halt ein bisschen länger, wie wenn es, wenn man nur hinter dem Pult sitzt. Okay, alles klar. Gut, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie denn normalerweise das Feedback hier hereinkommt beim Schüler beziehungsweise beim Studenten im Hofer College, denn das findet natürlich alles hier im Backend im Online-Campus statt und man sieht das hier auch schon sehr schön. Auf der rechten Seite Analyse-Informationen, welcher Lerneinhalt das ist, die Praxisaufgabe, hier wurde eine eigene Produktion eingereicht und hier stehen auch die Tutoren. Eigene Mix herunterladen und hier bewerte deine Mix-Analyse. Also du kannst also anscheinend auch nochmal das bewerten, wie denn die Mix-Analyse dich bewertet hat. Das ist sehr, sehr gut und ich gucke mal gerade hier so durch, das ist relativ umfangreich. Wahnsinn! Guck mal hier mit Plug-In-Screens alles genau. Die Drums haben uns grundsätzlich gut gefallen. Der Klang ist überwiegend druckvoll, wie es im Rock-Genre auch erwünscht ist. Allerdings wirken die Drums durch die Konstanz des Gespielten und die relativ gleichförmigen Sounds ein wenig künstlich. Ob es sich nun um programmierte Drums oder über eine E-Drum eingespielt Performance hat, lässt sich schwer sagen. Na, da wissen wir ja jetzt schon mehr. Snare, guck mal, das ist schon beeindruckend, dass man hier tatsächlich für jedes Instrument dann auch mal so ein paar Plug-In-Einstellungen, ein paar Vorschläge bekommt. Rhythmusgitarren, wie schon bei den Drums, hat uns der organische und authentische Klang der Rhythmusgitarren überzeugt. Gut, dann würde ich mal gerne vom Simon was zu diesem Mix noch hören oder wie das so funktioniert. Also du kriegst den Song, machst dir Notizen und erklär mal kurz, wenn ich versuche, den flackerten Bildschirm zu bändigen. Im Prinzip spielen ja verschiedene Faktoren eine Rolle, weil jeder Engineer oder Künstler oder Produzent trägt ja auch eine gewisse Handschrift. Und in dem Fall, wie wir jetzt auch erfahren haben, hat der Thorsten ja fast alles selbst gemacht, bis auf die Drums und dem entsprechenden Song auch selbst geschrieben. Das heißt, auch so Sachen wie Arrangement, Komposition spielen durchaus eine Rolle, wie man dann den Sound formt. Also wie er beispielsweise die Gitarren einspielt, dass es nicht einfach irgendwie nur Powerchords sind, sondern vielleicht auch mal in einer höheren Lage gespielt wurde. Dann wie sind die Vocals aufgeteilt, die Lead Vocals und die Backing Vocals, dass das ganze Konzept auch funktionieren kann. Bei den Drums waren wir, wie wir ja auch gerade gelesen haben, da waren wir uns ein bisschen unsicher. Nachdem er dann erwähnt hatte, dass er die Snare getriggert hat, ist mir dann persönlich auch ein bisschen was klar geworden, was den Mix angeht, weil ich mir auch sehr unsicher war, ob das jetzt nicht tatsächlich doch echte Drums sind, gerade bei den Backen und auch bei den Toms. Das klang schon sehr, sehr organisch und da hat er auch wirklich viel richtig gemacht für das, dass es Marke Eigenbau ist, sage ich mal, und selbst produziert und so weiter und so fort. Und ja, das sind alles so Aspekte, dass wir natürlich auch so den künstlerischen Anspruch versuchen, mit in die Mixanalyse einzubringen, dass es nicht einfach nur um die Tontechnik geht, so nach dem Motto, du hast jetzt hier einen Low Cut bis zu 200 Hertz gesetzt und so weiter oder guck mal hier, die Höhen, da kannst du noch das und das optimieren, sondern wirklich auch das Gesamtpaket, deshalb auch der Begriff organischer Gesamtsound. Man merkt einfach, dass wir es hier mit einem Musiker zu tun haben, der schon seit vielen Jahren Musik macht, der weiß, wie solche Musik, also dieses Rock-Pop-Genre, was ja so ein bisschen Richtung Pua, vielleicht Revolverheld geht, klingen sollte, damit es funktioniert. Der Non-Eric hat es ja vorhin schon gesagt, also ihm sind da jetzt eigentlich nicht so arg viele Sachen aufgefallen, die er jetzt noch irgendwie verbessern würde und so weiter und das sind natürlich schon auch Punkte, auf die wir dann auch eingehen beziehungsweise die uns dann relativ schnell klar werden, weil es ist alles tight gespielt, es ist sauber editiert, es ist ordentlich produziert, im Prinzip kann man damit raus auf die Straße, ja, das ist gar kein Problem. Bevor ich das jetzt kurz vergesse, kann man nicht ein richtiges Schlagzeug am leichtesten an den Schellen erkennen, an den Hi-Hats und an den an den Becken, das kommt drauf an, wie es programmiert ist, also mittlerweile wissen ja auch viele, ist halt so vieles möglich mit irgendwie noch Raummikrofon bis hin zu Surround-Mikrofonierung, gerade Toontrack hat da jetzt wieder ganz gut Gas gegeben im Superior Drummer, also klar, du hast natürlich recht, so dieses Feel und dieser typische Sound ist schon irgendwie authentisch, aber wenn es richtig gut programmiert ist, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ist der Unterschied fast nicht mehr hörbar und das sage ich auch bewusst als Schlagzeuger, also wie gesagt, wir waren uns da ein bisschen unsicher, ich habe auch gedacht, okay, in Richtung Becken klingt schon sehr, sehr natürlich, aber bei der Snare, die tatsächlich so ein bisschen steril auch war, gehen wir ja vielleicht noch drauf ein, ja, war ich mir dann etwas, oder waren wir uns dann auch etwas unsicher, ob es nicht, ob die Kessel vielleicht nicht dann doch programmiert sind und so weiter, deshalb ist es halt immer eine Art Vermutung, weil wir wissen ja jetzt auch nicht, mit welchen Plugins hat er gearbeitet, mit welcher Software hat er gearbeitet und das ist auch gar nicht so relevant, wichtig ist halt, wie ist es handwerklich gemacht, wenn es dann um das Mixing geht. Ich sehe ja noch mal ein gutes Challenge für euch, ihr müsst bei jeder Mixanalyse die Plugins herausfinden, die benutzt wurden. Steffen, wie sieht es aus, wie war das für dich, du hast jetzt die Mixanalyse zusammen mit Simon geschrieben oder wie ist das, wie hat das funktioniert? Also im Prinzip ist es so, der erste Tutor fungiert in der Regel als der Haupttutor, derjenige, der die Analyse zu großen Teilen schreibt und der zweite Tutor fungiert als Lektor, das bedeutet, wenn wir noch mal schauen, ich habe in dieser Analyse die, ich bin als Ersttutor eingetragen, das bedeutet, ich habe den, das klingt jetzt blöd, aber ich habe, sagen wir mal, den Grundstein gelegt und den großen Teil der Arbeit hier übernommen und im Endeffekt das Ganze dann an Simon übergeben, sodass er als Tutor und vielleicht mit so ein paar Jährchen mehr Erfahrung da nochmal seinen Senf dazugeben kann, gerade was zum Beispiel auch das Schlagzeug angeht, da hatten wir wirklich länger drüber diskutiert, weil aus meiner Sicht war der Sound wirklich sehr organisch, er war sich dann auch gerade was die, was die Snare angeht, dann recht ein bisschen unsicherer, dass die getriggert ist oder ähnliches, was der Thorsten ja jetzt auch bestätigt hat, also im Endeffekt manche Sachen können wir einfach nur vermuten, weil wir eben nur den Stereo-Mix kriegen und dann eben mit dem Kernstück unserer Analyse, mit dem IQ-Analyzer auch das Frequenzspektrum analysieren, also es ist auch generell nicht so, dass uns Einzelspuren geschickt werden, sondern wir müssen eben mit dem Stereo-Mix arbeiten und dann daraus eben das ziehen, was dann im Endeffekt in der Analyse landet. Und die, man sieht das ja hier sehr schön, ihr habt ja dann auch Plug-in-Einstellungen mit in die Analyse hineingenommen, sind das jetzt Verbesserungsvorschläge schon, die man sich hier anschauen kann, hier bei eurem IQ, und hier Genau, also im Prinzip Genau, das sind im Endeffekt, Entschuldigung, also im Endeffekt sind es Vorschläge unsererseits aus anderen Analysen, weil wir hatten eben zum Beispiel keine isolierte Snare-Spur, geben aber hier ein IQ, oder ein komprimiertes Snare-Signal, beziehungsweise die Screenshots, davon mitten die Analyse. Es sind also im Endeffekt nur Vorschläge unsererseits, so könnte man es machen, so wird es in vielen Fällen gemacht, ob es dann genauso umgesetzt wird, zum Beispiel, wenn man sich das Delay anguckt, Achtel, ein punktierter Achtel für ein Vocal Delay, ob das dann in dem Fall bei dem Tempo von, ich glaube, 150 waren es rum, ob es genau passt, ist dann halt eine andere Frage. Das geht ja sowieso nicht, Steffen. Ich habe nämlich bei der GEMA mein Achtel punktiertes Delay schützen lassen. Also jeder, der jetzt hier meint, der könnte ein Achtel punktiertes Delay benutzen. Ein kleiner Scherz, das war bei mir in meinem Roland Delay, als ich noch Trans und Techno produziert habe, jeden Tag, fest eingestellt, Achtel punktiert. Müssen wir mal beim Patentamt anrufen. Ja, genau. Ja, oft ist es ja auch so. Kommen wir mal zum Thorsten nochmal. Ich würde noch kurz was sagen zu den Screenshots. Ja, gerne. Oft ist es ja auch so, dass wenn wir jetzt schreiben, hey, pass mal auf, zum Beispiel auf den Gitarrenspuren beziehungsweise bei den E-Gitarren um 200 Hertz, da ist ein bisschen viel los, was die Energie angeht, nutzt doch mal einen dynamischen EQ. Ja, super. Jetzt weiß er aber vielleicht, das wissen die Teilnehmenden nicht, okay, was ist jetzt ein dynamischer EQ? Und da ist es dann ganz cool, mal einfach einen Screenshot zu bringen, um zu sehen, ah ja, okay, das ist jetzt vielleicht der Hofer IQ EQ oder der Fabfilter oder von Tokyo Dawn gibt es ja auch einen und so weiter und so fort, dass man einfach mal ein Gefühl bekommt, ah ja, okay, ich kann das und das bei dem Plugin einstellen, um mir das und das mal anzuhören und dann abzuwägen. Ich muss den Weg nicht gehen, aber ich habe zumindest mal eine Orientierung, auch mal was zu sehen, dass ich jetzt nicht nur das geschriebene Wort habe, sondern auch wirklich mal was zum Anfassen mehr oder weniger, um es dann nachzustellen. Und das ist so ein bisschen die Idee. Ist es nicht, glaube ich, so, dass man auch alle eure Plugins bekommt, wenn man das große College-Paket auswählt? Und dann kann man ja sicherlich dann mal die Einstellung übernehmen. Zum Beispiel. Genau, die Plugins gibt es eigentlich bei allen Kursen, zumindest für die Zeit des Kurses gibt es die, stellen wir die zur Verfügung, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen da auch mal selbst ihre Erfahrungen mit sammeln können. Und dann vielleicht auch das, was wir in den Mix-Dokumentationen, also in Eigenmischungen können wir natürlich keine Mix-Dokumentationen zur Verfügung stellen, weil wir die Mischung ja nicht gemacht haben. Aber bei unseren Mischungen, die die Teilnehmenden dann nachmischen können, liefern wir eigentlich auch immer noch mal eine Mix-Doku mit, damit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen genau noch mal nachvollziehen können, was da jetzt eigentlich passiert ist. Jo. Gucken wir mal, was die Produzentin hier noch dazu zu sagen hat, zu ihrem Mix. Was war jetzt, also Schlagzeug haben wir jetzt eigentlich durchthematisiert, würde ich sagen, Thorsten. Was war denn jetzt für dich noch so ein richtiger Erkenntnisschub für dich, wo du gesagt hast, ah ja, genau. Habe ich auch schon gedacht, dass das ein Problem ist und jetzt ändere ich das mal. Ja, das sind, also manche Tipps, die man bekommen hat, die waren mir auch schon im Prinzip bewusst. Es geht halt nur darum, auch nachträglich sich selber daran auszuprobieren, ja. Also selber noch mal den Mix in die Hand zu nehmen und dadurch den Willen auch zu haben, hier, ich will mich verbessern, und ich will da auch für die Zukunft was Vernünftigeres noch hinbekommen. Ja, und da hilft natürlich diese Mix-Analyse ungemein, ja. Das ist, ja, genau. Gut, ähm, frage ich jetzt nochmal in die Runde, was war denn jetzt, äh, von den Tutoren hier? Ich meine, das ist ja ein riesenlanges PDF, also ich glaube, können wir ja mal gerade kurz durchgucken, also das ist ja, ist das immer so umfangreich, oder habt ihr euch für das Video hier besondere Mühe gegeben, denn das habe ich jetzt so nicht erwartet. Es gibt, ähm, ein kommerzielles Angebot, ähm, wo man sich ja auch so eine Art Mix-Analyse bestellen kann, kostenpflichtig. Und da habe ich auch mal reingeschaut in so eine Beispielanalyse und das war, fand ich, relativ mager. Das ist ja hier relativ ausführlich. Ja, da bin ich immer ein Stück weit drauf an, um welches Genre das es geht, was der oder diejenige richtig oder vielleicht auch falsch gemacht hat. Also wenn man mehr zu meckern hat, sag ich mal, ist die Analyse meistens auch ein bisschen ausführlicher. Eigen-Mix-Produktionen sind in der Regel immer ein bisschen ausführlicher, weil, wie vorhin schon angesprochen, gehen wir auch ein bisschen auf das Arrangement ein, auf die Komposition, auf das Gesamtpaket, ähm, wie jetzt bei einer Mischung, die wir gemacht haben, wo wir ja schon so unseren Fahrplan haben, uns an unserer eigenen Mix-Dokumentation orientieren können. Und wie gesagt, also je nach, äh, Abschnitt im Kurs, wenn das jetzt irgendwie eine Basic-2-Analyse beispielsweise ist im Vergleich zu Pro-8, dann wird die Pro-8-Analyse wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher ausfallen, weil die halt auch wesentlich komplexer ist und die Aufgabenstellung auch deutlich komplexer ist als jetzt bei Basic-2. Da muss man ganz klar abwägen, aber jetzt im Vergleich jetzt zu dieser Analyse, die uns vorliegt, also das ist eigentlich so eine typische Eigen-Mix-Analyse, die den üblichen Umfang hat. Vielleicht ein bisschen mehr, weil jetzt noch einige Screenshots, ähm, von uns ausgewählt wurden, die einfach zu dem Song gepasst haben, was zum Beispiel die Reverb-Einstellungen bei den Gitarren angeht oder bei den Drums oder vielleicht ein bisschen Sättigung auf die Bassgitarre, dass die noch ein bisschen lesbarer wird. Dann haben wir da einfach mal ein Screenshot von dem Kramer-Tape gemacht, was ja sehr gerne genutzt wird, ne? Und das füllt natürlich auch den Platz ein bisschen aus. Alles klar. Ich habe jetzt hier mal noch eine Praxismischung Demons gefunden. Ihr habt ja, ähm, im Rahmen des College-Angebotes hier eine ganze Menge, ihr nennt das, glaube ich, Open Projects, wo man sich massenhaft Zeug runterladen kann, denn ich gehe mal davon aus, dass viele da draußen, die, äh, sich fürs Audio-Engineering, also fürs Mischen, Mastern und Aufnehmen interessieren, jetzt nicht alle schon in so einem Zustand sind wie Thorsten, weil das, was Thorsten ja abgeliefert hat, muss man sagen, also Respekt, ähm, das klingt für mich eigentlich schon fertig. Ähm, gut, was, äh, fällt uns noch ein? Thorsten, was fällt dir noch ein? Ja, also weitergehend gibt es natürlich immer noch Fragen, die man noch im Hinterkopf hat, die man gerne mal loswerden würde. Das sind so Sachen wie, ich sag mal, die verschiedenen Reverb-Arten, ja, Played oder Studio oder, was weiß ich, Konzerthall und sowas, wo sind da die Einsatzzwecke und so weiter und ich denke mal, dass man die Punkte auch bei euch im College entsprechend beigebracht bekommt, ne? Genau. Wir können ja das jetzt so machen, ähm, dass, äh, Thorsten, du jetzt die Gelegenheit hast, genau all diese Fragen hier in die Runde zu stellen, denn wir haben gleich zwei Tutoren, nicht vier, zwei, zwei Tutoren in der Runde, aber vier Leute im Stammtisch und kannst jetzt einfach mal ein bisschen, ne, stell dir einfach mal vor, äh, du hast jetzt eine, äh, Analyse bekommen oder hast du da sicherlich noch Fragen zu? Genau. Ja, und die erste Frage war natürlich der richtige Einsatz des Reverbs oder des Hals, wo setze ich was ein? Man hat natürlich ganz viele Presets und die nennen sich dann irgendwie Konzerthall und Studio und Played und hast nicht gesehen und Spring und da wäre natürlich meine Frage, was ist denn wo typisch? Was setzt man denn wo ein, beim Gesang oder bei den Gitarren, bei Drums? Möchtest du oder? Ich oder, ich kann mal anfangen. Ja, dann, okay. Also nochmal, um auf das Ursprüngliche zurückzukommen, wir stehen ja auch im Austausch mit unseren Studentinnen und Studenten, das bedeutet, wenn es da Fragen gibt, dann können die sich gerne an uns wenden. Es wird natürlich auch vieles in den Kursen beschrieben, also so wie wir jetzt im Prinzip miteinander sprechen, zum Beispiel der Thorsten ruft bei uns an, ist Teilnehmer und sagt so, hey, wie sieht's denn aus? Played, Reverb, ne? Und dann können wir das Kapitel im Prinzip mal zusammen besprechen. Wir haben jetzt hier ein schönes Beispiel mit seinem Song. Also Plattenhalls, die gehen ja sehr weit in die Zeit zurück, werden gerne für Vocals, aber auch gerne für Drums benutzt, also gerade so in Richtung Snare und in Richtung Lead Vocals findet man da einen guten Einsatz. Concert Halls ist ja vorhin auch gefallen, der Begriff. Ja, also da hat man eher so ein bisschen das große Ganze im Blick, ne? Da würde ich vielleicht so sagen, also so Band Sound, Gruppenbearbeitung, vielleicht in Richtung Backing Vocals auch. Da möchte man ja auch, dass man eine schöne Tiefenstaffelung hat, also dass die Lead Vocals vorne sind und die Backing Vocals ein bisschen weiter hinten stehen und nach den Gesetzen der Tiefenstaffelung, da zählen ja ganz viele verschiedene Faktoren dazu. Also das ist ja nicht nur irgendwie die Bearbeitung durch jetzt irgendwie die Räumlichkeit, sondern natürlich auch durch das Panorama und die Frequenzbearbeitung. Aber bleiben wir mal bei der Räumlichkeit. Da würde man dann vielleicht ein bisschen mehr Hall einsetzen und die Vocal Bearbeitung der Backings ein bisschen dumpfer, ein bisschen dunkler ansetzen, damit man einfach eine schöne Tiefenstaffelung hat und dass die Backing Vocals nicht zu weit vorne stehen, vielleicht ein bisschen mehr Hallanteil haben dürfen. Und ja, also da könnte man jetzt natürlich die ganze Parametervielfall durchgehen. Was macht irgendwie das Pre-Delay? Wie sieht es mit den Early Reflections aus? Was kann man hier idealerweise für Einstellungen wählen? Das hängt halt immer auch stark vom Genre ab, was man hier vorliegen hat. Ist das jetzt irgendwie ein Billie Eilish Song, der extrem stark auf die Vocals getrimmt ist? Oder ist es jetzt eher fast schon so eine, ich sag mal 90er Jahre Rocknummer, wo jetzt auch die Gitarren und die Drums halt wirklich eine sehr, sehr wichtige und essentielle Rolle spielen? Und da muss man einfach ein bisschen abwägen, was dem Song natürlich auch gut tut. Aber um es noch mal abzuschließen, also Played Reverbs werden sehr gerne bei Drums benutzt, bei den Vocals, vor allem bei den Lead Vocals. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatz, den man da verfolgen kann. Konzerthalls würde ich jetzt eher in einem größeren Kontext sehen, vielleicht auch in Richtung Gruppenbearbeitung. Und im Umkehrschluss dazu kommt auch in der Mixanalyse vor, hat ja der Thorsten bestimmt gelesen, auch mal bei den E-Gitarren einen kleineren Hall, vielleicht noch mit einem leichten Delay da drauf, dass die einfach nicht so ganz trocken sind, sondern ein bisschen leicht räumlicher werden und dass man sie auch im Raum quasi positionieren kann. Aber dass die jetzt natürlich keine Armada an Hallflut jetzt irgendwie auslösen, sonst wird es halt viel zu verwaschen. Aber so ein bisschen Räumlichkeit bei den Gitarren, auch bei den elektrischen Gitarren. Thorsten, musstest du doch, wenn du Modeling benutzt haben, sowieso irgendwie künstliche Ambience draufgeben, oder? Ja klar. Da gibt es natürlich, ja, dann benutzt natürlich auch ein Plugin mal für einen Hall oder einen Reverb und ja, dann scrollt oder klickt man sich so durch die Presets durch und denkt halt, ja, das hört sich jetzt gut an, das nehme ich, ja. Aber so wirklich den Hintergrund oder Groß-Hallzeiten verändern oder sowas, das habe ich halt, in die Tiefe bin ich halt noch nie gegangen, ja. Genau. Naja, das ist interessant. Das ist, das heißt also im Prinzip, ich meine, so wird man in vielen Fällen ja vorgehen, wenn man Einsteiger ist oder anfängt, dass man zum, erst mal einfach seine Tools hochlädt, die Presets aufruft und wenn das irgendwie für einen funktioniert, dann ist es halt so, dann kann man damit ganz gut leben. Aber Simon, ihr habt euch ja aber mehr oder weniger auf die, nicht mehr oder weniger, ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, eben genau dem, euren Kunden, euren Studentinnen, ähm, im Prinzip, ähm, genau dieses, dieses Fachwissen ja zu geben, dieses Hintergrundwissen, ne, dass man im Prinzip darüber hinaus kommt, über dieses reine, ich probiere einfach mal, lad mal ein, fahr mal hoch, probiere das Plugin, mach dieses Plugin an, dieses Preset, dann habe ich noch ein Preset und noch ein Plugin, bla bla bla. Man hat dann vielleicht ein ganz gutes Ergebnis, weiß aber wahrscheinlich gar nicht, warum, ne? Genau, also im Prinzip, Learning by Doing ist ja per se nichts Schlechtes, im Gegenteil, gerade wenn man musikalisch tätig ist und eine gewisse Erfahrung hat, in Bands gespielt hat, dann weiß man ja auch etwa, wie man den Sound auch im Proberaum oder auf der Bühne aufeinander abstimmen kann. Und all diese Erfahrungen kann man natürlich auch mit ins Studio nehmen, in den Mixing-Prozess und, ähm, dann noch eine Schippe drauflegen. Das heißt, also wir haben sehr viele Musiker, die von vornherein schon viel richtig machen. Wir haben aber auch einige, ich sag jetzt mal Einsteiger, Anfänger, Anfängerinnen und so weiter, die jetzt noch nicht so die Berührungspunkte haben, aber sehr interessiert sind. Aber manchmal ist es gar nicht schlecht, dreimal richtig blöd auf die Nase zu fallen, dann wieder aufzustehen und dann so ein bisschen, äh, den Wald vor lauter Bäumen wieder zu sehen, ja. Und dann einfach so den Fahrplan zu haben, ah ja, okay, jetzt habe ich dreimal zu viel Bass gemischt, ah ja, klar, jetzt höre ich es tatsächlich, jetzt weiß ich auch endlich, was die da immer meinen. Und, also so diese Erkenntnis, diese Aha-Momente, die sind einfach ganz wichtig. Es gibt ja viele verschiedene Wege, die nach Rom führen und es gibt einen Haufen Engineers, Alan Parsons, Stephen Wilson, die eher, sagen wir mal so, über die Quereinsteigerschiene zu dem geworden sind, was sie so tun. Aber die haben halt unzählige Alben und Platten gemischt und mit Künstlern gearbeitet und haben da einfach so ein bisschen auch ein Händchen dafür. Die brauche ich aber jetzt nachts um drei nicht unbedingt anrufen, um zu fragen, hey, wie ist es denn jetzt hier, pre-delay 63 Millisekunden oder das machen die aus dem Gefühl raus, was der Song vielleicht braucht. Und da hinzukommen, das ist so ein bisschen unser Anspruch auch, dass man das Technische versteht, aber halt auch das Künstlerische einordnen kann. Okay, da würde ich gerne mal den Steffen fragen. Steffen, wie sieht denn das aus? Ich habe bei euch gebucht und bin aber noch natürlich nicht so sonderlich gut. Muss ich da Angst haben, wenn ich da so eine Mixanalyse zurückkriege, dass da steht, your mix sucks, geh heim, lern was anderes. Oder wie gehst du damit jetzt persönlich um? Du bekommst jetzt eine Praxismischung und denkst, oh Gott, Mann, was hat denn der da gemacht? Hat der das irgendwie, hat der eher irgendwas konsumiert? Nee, also über das Konsumverhalten unserer Studierenden treffen wir schon mal gerade gar keine Aussagen. Und also, nee, uns ist natürlich wichtig, das Ganze auch seriös zu halten und dann auch ganz klar die Punkte anzusprechen, die wir da sehen. Und wie du sagst, jeder fängt irgendwo mal an, vielleicht lädt man einfach mal die Plugins hoch, schaut sich ein Preset an, denkt sich ja, funktioniert, hat vielleicht auch irgendwo schon sich ein bisschen eingelesen an anderer Stelle, sich von verschiedenen Quellen bereits inspirieren lassen und macht dann einfach mal, was ja auch per se nichts Schlechtes ist. Man muss es einfach auch mal probieren. Dafür ist das Feedback unsererseits ja dann auch da, dass wir sagen, okay, wir finden den Ansatz gut, das ist auch was, wir würden, wir haben nicht unbedingt den Anspruch zu sagen, das ist der Hofer-Way of Mixing, bitte mach das so und nichts anderes. Das funktioniert ja auch gar nicht, wie Simon ja eben schon gesagt hat, es gibt so viele Engineers und so viele Stile zu mischen. Und ja, wir versuchen das so objektiv zu halten. Wir geben natürlich dann auch immer eine Referenz mit. Das ist generell ein ganz wichtiges Thema, Referenzen, irgendwo so ein bisschen Genre-Gewohnheiten. Daran orientieren wir uns auch und versuchen das dann so sachlich wie möglich auch den Teilnehmern und Teilnehmerinnen beizubringen, damit sich auch niemand auf die Füße getreten fühlt. Und selbst wenn, kann man natürlich sich auch nochmal bei uns melden und fragen, ja, was habt ihr dann damit gemeint? Ich habe doch das und das gemacht. Dafür stehen wir ja auch dann auf verschiedenen Kommunikationskanälen zur Verfügung. Mhm, genau. Gut, ich habe hier immer noch mal, jetzt ist es soweit, dass der Bildschirm nur noch flackert, auf dem ich mich monitore hier. Gut, da brauche ich jetzt mal einen, der noch ein bisschen längeren Monolog hält. Dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht ein Kabel austauschen kann in der Zwischenzeit. Ich kann ja mal noch ein paar Anekdoten erzählen. Ja, mach mal los. Wenn es mal irgendwie wirklich schief geht. Wir beißen ja niemandem irgendwie den Kopf ab, im Gegenteil. Ich habe das schon öfters erlebt, dass ich Ersttutor war, vielleicht der Steffen sogar zweiter Tutor oder je nachdem, wir haben ja einige hier, dass die Mixanalyse, ich würde jetzt nicht sagen katastrophal ausgefallen ist, aber halt schon so, dass es nicht so ganz gut war. Und manchmal braucht es das auch. Also ich hatte da auch schon den Fall, dass mich Teilnehmer oder Teilnehmerin dann angerufen hat und gesagt hat, ah, danke, dass ihr jetzt endlich mal gesagt habt, wie und was und wo. Also wenn wir halt nach dem dritten Mal immer noch feststellen, dass der Limiter ohne Ende zerrt oder dass irgendwie auf dem Masterkanal, ein Plate Reverb mit drei Sekunden halb verwendet wurde, dass alles zu spät ist, da kann man halt nicht mehr irgendwie sagen, ja, der ist ein ganz guter Mix gelungen und so weiter, sondern da muss man halt schon auch einfach mal tacheles reden, weil darum geht es ja auch, dass wir ein ehrliches Feedback geben, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut ausfällt oder halt nicht genau das ist, was jetzt Teilnehmerin oder Teilnehmer erwartet hat. Und, aber ich habe es wirklich so erlebt, dass die meisten eher dankbar dafür sind, also auch wenn es mal nicht so gut ausfällt, weil man lernt ja nichts aus seinen Siegen. Es sind ja die Niederlagen, die uns weiterbringen. Absolut. Dann steht man wieder auf, setzt die Krone neu auf und dann geht es weiter, ja. Und das ist ja ganz wichtig im Leben. Ich glaube, ich habe noch eine gute Einsatzmöglichkeit für eure Mixanalyse. Wenn sich in der Band oder im Team alle darüber streiten, was mit dem Mix eigentlich los ist, verschiedene Meinungen haben, dann bestelle ich bei euch eine Mixanalyse und dann kriege ich eine etwas objektivere Einschätzung. Das kann man so machen natürlich. Das Gefährliche bei Bands ist natürlich, dass das ist immer ein Gefüge von Menschen und da besteht im schlimmsten Fall irgendeine Form von Hierarchie. Da ist vielleicht, sagen wir mal, Gitarrist oder Gitarristin, die ihre künstlerische Vision durchdrücken möchte, komme was wolle und die anderen, den Rest der Band, vielleicht sogar das Mitspracherechtsberaubt, Gott bewahre. Das ist jetzt nicht unbedingt das ideale Bandsetting. Aber natürlich, es ist eine Möglichkeit, einfach mal auch von außen an was zu hören. Wobei auch da natürlich der persönliche Geschmack und das ist zumindest meine Erfahrung, dass der persönliche Geschmack dann doch oft stärker wiegt. Dass man vielleicht auch mal sagt, ja, ich höre das auch alles, was vielleicht in der Mixanalyse geschrieben wurde. Also, es gefällt mir aber nicht. Ist schon vorgekommen und auch dann sind wir natürlich nicht in der Position zu sagen, okay, dann stell bitte das Instrument weg und fass es nicht mehr an. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Absolut. Thorsten, was fällt dir noch ein? Ja, meine große Frage ist natürlich, wie mischen die Profis? Also ich denke da an meine Vorangehensweise. Ich habe beispielsweise meine 24 Spuren drin. Ich habe auch ein bisschen was schon vorbelegt und ich baue es dann eigentlich so auf vom Mix, dass ich, ich sage mal, das Schlagzeug mit dem Bass zusammen einfüge, dann irgendwo die Gruppen der Gitarren dann dazu mache und zum Schluss den Gesang. Ist das auch so die gängige Praxis oder wie macht ihr das? Möchtest du? Gerne, ja. Also im Prinzip funktioniert das auf jeden Fall. Also gerade Drums und Bass. Die Frage ist ja auch immer, wie so ein bisschen die Zielsetzung ist. Was ist das für ein Genre? Jetzt in deinem Fall kann es auch vielleicht Sinn machen, erstmal mit einem Rough Mix insgesamt anzufangen. Dass man sagt, okay, erstmal die Kanäle zurechtschieben, Panorama setzen in etwa bei den Drums, bei den Gitarren, dass man mal ein Gespür dafür bekommt, bevor man jetzt irgendeinen Plug-in nutzt. Also, dass man nicht gleich schaut, okay, Drums, ja, sofort irgendwie Bassdrum mit einem EQ, Kompressor und so weiter, sondern erstmal den Song wirken lässt, wie er jetzt vorliegt mit den wichtigsten Spuren. Vielleicht nicht gleich alle Spuren, aber so die wichtigsten Spuren. Dass man schon mal einen Mix hat, der ohnehin funktioniert. Also, dass man sieht, ah ja, okay, da geht die Reise hin und dass man dann Stück für Stück in den einzelnen Gruppen und Spuren arbeiten kann. Und dann, wie du ja auch richtig gesagt hast, vielleicht Drums auf Bass abstimmen und umgekehrt. Also, gerade so Kickdrum-Bereich und der Bassbereich, was die Grundtöne angeht, dass sich da nicht zu viel maskiert. Und dann auch mal mit den Gitarren schaut, wie sich das dann so entwickelt und die Vocals als eigenes Element. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Vorgehensweise. Aber auch da gibt es kein wirkliches richtig oder falsch, dass man jetzt sagt, du musst es auf jeden Fall so machen, weil das der Fahrplan ist. Das steht so in unserer Formelsammlung drin und das war's. Fertig? Nee, nee. Also, da hat man wirklich völlige Freiheit. Aber ich würde immer empfehlen, mit einem Rough-Mix anzufangen, dass man von vornherein einen Blick auf das große Ganze hat, um mal zu sehen, wo die Reise hingeht. Und dann nah an den Signalen, wenn die ja schon gut aufgenommen worden sind. Klar, du hast jetzt Gitarrenmodelling und so weiter verwendet. Das heißt, du hast von vornherein jetzt nicht irgendwie mit Mikrofonen und Übersprechen und sonst was zu kämpfen, sondern das sind wahrscheinlich schon recht saubere Signale. Nah am Signalarbeiten und nur optimieren, was man optimieren muss. Vielleicht muss man ja gar nicht so viel optimieren. Aber es braucht jetzt keine sechs Plugins in der Chain pro Kanal. Kann man machen, klar. Aber braucht man vielleicht nicht. Doch. Wie geht ihr denn? Wie geht man denn damit? Also, es gibt ja, finde ich, immer ein grundsätzliches Problem und das ist auch ein Teil von Torstens Frage sicherlich. Weil wenn man jetzt einfach nur mal so einfach wild loslegt, dann schiebt man immer alles nur hoch. Und am Ende hat man im Masterkanal viel zu viel Pegel. Dann versucht man wieder alles runterzuregeln irgendwie und baut das dann wieder irgendwie anders auf. Es macht ja sicherlich Sinn. Ich habe das zum Beispiel bei euch auch in der ersten Mixanalyse, Quatsch, in der ersten Praxisaufgabe, wo man tatsächlich nur sieben oder acht Stamps der Lautstärke nach anpasst. Da habt ihr ja auch schon mal diese schöne Vorgabe gemacht, mit der Bassdrum anzufangen und die bei minus, ich weiß es nicht mehr was, dB zu platzieren und den Rest dann aufbauen darauf. Das finde ich eigentlich keine schlechte Idee, weil dadurch macht man dann auch Sachen wieder mal leiser, weil man nicht einfach alles lauter machen kann. Man hat ein Referenzsignal und dann sagt man, okay, das sitzt jetzt hier bei mir bei minus 5 dB und den Rest muss ich drumherum bauen. Genau, also im Prinzip lauter geht ja immer. Mittlerweile mit 24, 32 Bit Dynamikumfang und so weiter und so fort. Das ist ja alles kein Problem mehr, Lautstärke aufzufüllen. Aber wie wir es ja auch so ein bisschen in den Kursen beschreiben, macht es erst mal Sinn, sachte anzufangen. Also das heißt, nicht erst mal nur die Drums und da bin ich jetzt um die 0 dB oder so, sondern vielleicht erst mal alle Kanäle einfach mal um minus 12 absenken. Ja, jetzt mal nur als Beispielwert und dann nach und nach meinen Mix aufbauen. Sonst verschenke ich ja gleich Headroom, sonst bin ich ja gleich wieder bei den, du hast es ja richtig gesagt, bei den 0 dBFS und dann zerrt es irgendwie sofort wieder. Dann habe ich meinen Mix noch gar nicht angefasst. Dann kommt noch ein Kompressor dazu, vielleicht ein Gain-Plugin und so weiter. Das heißt, Lautstärke aufholen ist gar kein Problem. Lieber mal alles runterfahren und dann nach und nach den Mix zurechtschieben, dass man am Ende noch Headroom hat. Headroom, wichtiges Thema, fanden wir übrigens toll, dass der Thorsten in seiner Mix-Analyse, in seiner Mischung Headroom gelassen hat. 4 dB Headroom und ein Durchschnittswert von minus 18,5 Loops waren es, glaube ich. Das bedeutet, einem potenziellen Mastering steht da eigentlich nichts mehr im Wege. Weil, wie gesagt, Lautstärke aufzuholen ist noch ein bisschen Lautheit möglich. Das ist auf jeden Fall Lautheit möglich, aber er hat jetzt halt nicht geguckt, dass da ein Limiter, ein Zoom-Kompressor drauf ist und wir sind schon bei minus 10 Loops oder so. Sondern er hat tatsächlich Headroom gelassen und deshalb klingt es halt auch alles wirklich sehr gesund. Also rein technisch, schönes Detail. Man nennt den Thorsten auch seit heute Thorsten Max Headroom. Max Headroom, genau. Na genau, hey Max, alles gut. Ich bin hier ein klein bisschen behindert in meiner Videoproduktion, weil der Vorschau-Monitor, mit dem ich das Ganze hier steuere, schon intensiv jetzt so flackert, dass ich eigentlich das nicht mehr bedienen kann und hoffe, dass ich das Ganze nach Hause geschaukelt kriege. Okay. Fällt euch noch was Wichtiges ein? Sonst würde ich so langsam zum Ende kommen. Habt ihr noch was, was die Zuschauer da draußen wissen sollten, wenn es ums Thema Hofer College geht? Angebote, Deals, Geschenke, Trophäen, Zertifikate, was gibt's? Trophäen ist ein gutes Stichwort, würde ich jetzt an der Stelle mal sagen, weil heute startet auch der Hofer-Contest, bei dem es diverse Preise zu gewinnen gibt. Unter anderem das Thema heute Mix-Analysen, neben anderen schönen Sachpreisen. Also einfach mal unter hofer-contest.de einfach mal schauen und ja, wir sind gespannt, wer auf alles, was eingereicht wird. Ich glaube, die URL ist songcontest.de, ne? Müsste stimmen, ja. Ja, ne? Genau. Also dann könnt ihr da draußen gleich nach diesem Video sofort zur Maus greifen und auf songcontest.de schauen, ob wir da nicht vielleicht auch irgendwie... Müsste auch gehen. Auf songcheck.de, beziehungsweise, wie es das Steffen gesagt hat, hofer-contest.com. Aber über songcheck.de kommt man auch drauf, wenn man weiter genauer ist. Ah, okay. Sehr gut. Songcontest.de ist tatsächlich eine andere Seite. Okay. Okay, alles klar. Wie gesagt, ich habe auch den Song von Thorsten hier verlinkt und den könnt ihr euch da mal in Ruhe anhören. Ich war beeindruckt, wie gut das schon klingt. Ich habe da keine Fehler mehr feststellen können, aber... Wer bin ich schon, dass ich davon irgendwas wüsste? Gut, ich würde mich gerne bedanken beim Simon, beim Thorsten und beim Steffen und mache jetzt einfach Schluss. Und tschüss.